Hallo liebe Leute, heute möchte ich euch auf unseren Sonntagsfrühshoppen jetzt am 20.03.2022 hinweisen von 12 bis 13.30 Uhr. Dort wollen wir über eine hydraulische Schwenkvorrichtung sprechen, die infolge irgendwelcher Umstände an dem Hydraulikzylinder zu einem vorzeitigen Schaden kommt. Dazu werden wir den Schaltplan analysieren, wie denn die Steuerung der Schwenkvorrichtung insgesamt vonstatten geht. Wir werden dann der Schadenssuche nachgehen, warum dieser Hydraulikzylinder immer vorzeitig auf der Kolbenstangenseite versagt und werden das Lesen von Schaltplänen mithilfe des Tabellenbuchs erörtern und dann einen Blick auf die zylindrischen Abmessungen von Hydraulikzylindern machen. Wenn ihr Lust habt dabei zu sein, meldet euch einfach an. Hier unten steht der Link. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, liebe Grüße, Klaus. Klaus. Klaus.